Hallo zusammen, wir begrüssen euch wieder aus der New Balance Lounge. Ich bin Nick. Und ich bin Dani. Und wir stellen euch heute den Freshform Vongo vor. Der Freshform Vongo ist ein weiterer Trainingsschuh mit der Freshform Zwischensohle, der leicht ist und hohe Dämpfungseigenschaften bietet. Der Vongo hat eine durchgehende Unterstützung für eine optimale Stabilität. Wir wünschen euch viel Spass beim Trainieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!